Die Eskalationsstufe hat ein neues Level erreicht. Deswegen, Triggerwarnung. In diesem Video kommt viel Fäkalsprache vor. Wenn das jemanden stört, der ist hier mitgewarnt. Wir müssen immer noch MTV-Crips machen, ne? Ja, sollen wir gleich machen? Ja, wenn der Färs viel Schissen hat, dann machen wir was. Hallo meine Schuckelhasen. Das hier seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Schade. Beim Abwaschen. Mario, wenn du der Schnellschluss, ne? Guck mal. Du musst bitte nicht gebürzen. Das ist alles so, wie es ist. Schau mal, Alter. Zieht euch das mal rein, Alter. Das ist die geilste Unterkunft, die es gibt, Alter. Das ist groß. Hammer. Oh, Junge. Tag Nummer 4. Tag Nummer 4. Tag Nummer 4. Und die Sonne scheint. Und wir haben schon einen Clip aufgenommen. MTV-Crips. Keine Ahnung, ob es schon online ist oder nicht. Werdet ihr sehen, wenn es online ist. Und wir gehen heute im Skatepark abchecken. Ja, zum Roten Park gehen wir, glaube ich. Der heißt auch so, ne? Der Rote Park. Der heißt der Rote Park. Der Rote Skate Park, wie die wilde Rote Nacht. Ich würde ja sagen, das ist der, das ist so, weil er rot und rund ist. Was ist rot und rund? Richtig. Der Rosettenkranz. Und da können wir heute mal abchecken. Das ist schon wieder eskaliert. Die ganze Zeit im Kreis. Das eskaliert andauernd, Alter. Immer wenn ich irgendwie... Das ist aber nur rot und rund, wenn das so auskommt, jetzt eben was zu töten. Das kann ich alles nicht mehr, Alter. Warum? Einiges hier muss ich, äh, ist USK über 21, Alter. Ey, Rosettenkranz, Junge, das ist... Ja, dann lass mir das drin kommen. Rosettenkranz, ich will, bevor du jetzt kein Rosettenkranz hast, wäre irgendwann verkehrt, das wäre gefährlich. Das wäre, das könntest du niemandem erzählen. Und du müsstest mir, müsstest du dir Sorgen machen. Aber da... Aber wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ja, wir reden jetzt einfach mal darüber. Wir gehen heute in den roten Park. In den roten Park, zum Skatepark. Den checken wir mal ab. Wart ihr schon mal da gewesen? Ja, wir waren schon mal da, vor drei Jahren. Aber ihr habt nicht gefilmt. Wir haben gar nichts gemacht, wir waren kaputt. Wir sind einfach hingefahren, haben geguckt, haben gesagt, ja, ist cool. Sind wieder gefahren. So, wir waren völlig... Da war ich ja nicht dabei gewesen. Weißt du, was du mir gerade in den Gedanken schießt, wie eine Pistole? Bitte. Ihr wart ja schon da gewesen ohne mich. Und das Video haben wir gar nicht erwähnt. Das blenden wir hier... Ey, davon gibt es auch gar keine Aufnahmen. Nein, nicht vom Park, aber von eurem Urlaub habt ihr Videoaufnahmen auf dem Kanal. Ja, das ist richtig. Und den meinte ich. Den hast du jetzt verlinkt. Den habe ich jetzt verlinkt. Den habe ich jetzt verlinkt. Auch in der Videobeschreibung. Abchecken. Und wir düsen jetzt direkt ab zum Skatepark. Wir sind... Auf jeden Fall motiviert als gestern. Als gestern. Wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf. Richtig gut, ja. Und... Weil die Sonne scheint auch. Die Sonne scheint? Die scheint... Windig oder die Sonne scheint? Ja, da bin ich gespannt. In Deutschland. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von unserem internen Wetterdienst in Deutschland. Dass der Moment schon 25 Grad ist in der Sonne. Ja. Der König hat ein eigenen... Ein eigenes Wetterradar in Deutschland. Ich habe auch heute Nachricht bekommen von meiner Freundin. Die ist in der Eifel wandern. Und an dieser Stelle schöne Grüße. Ich liebe dich. Ja, ja, ja. Einfach wandern, oder? Ja, ja. Sollen wir auch wandern gehen? Sollen wir wandern? Ja, machen wir später. Wir haben noch einiges vor heute. Wir gehen hier in die Dünen wandern. Ein paar Clips drehen. Ein paar Videoaufnahmen für noch MTV. Es wird heute nicht ganz so wild, glaube ich. Es wird heute nicht... Elwood Crips, Alter. Es ist Elwood Crips. Ich habe es gedankt. Alter, es schießt mir heute. Die Kreativität hört heute nicht auf. Deswegen, wir hören jetzt auf und gehen direkt in den Skatepark. Damit wir kreative Tricks... Ja, in diesem Sinne. Bis später. Mahlzeit! Wir sehen uns, wir sehen uns! Musik Scheiß drauf, Alter Hier kommt schon mal direkt ein Bein, Alter Boah, es tut mir gerade leid für meine Zitteranfälle! Ich bin mega am Zittern! Ich weiß nicht, ob das der Wind ist. Ich bin heute ein bisschen labil in den Händen. Deswegen werdet ihr heute ein bisschen Zitterarbeit in meinen Filmkünsten sehen. Da kriegen wir aber trotzdem in das. Aber sorry, schon mal ein Vorfeld dafür. Musik Ah, schade. Shit. Shit! Hör doch mal auf jetzt, ey. Ich gib's auf. Andere Leim. Ja, jetzt noch. Ich mach's anderes. Ich fack grad mega ab schon wieder. Andere Ender. Einfach. Ich fahre, ich kippe. Ich fahre. Wir haben hier einfach so. Mein Mann. Ja, ich fahre! Chao! So viel! Okay, ich fahre! Herzlich Willkommen zu diesem Video. First try, natürlich. Was ist das denn? Schön, der war richtig key. Der wird noch besser heute. Oh, shit. Oh, der war... Oh, nein! Das waren die Eier fast. Hey, komm! Ich bin für die Rechnung mehr lang gekommen. Nicht der Hauch. Ich bin für ein Westerlok. Okay, was geht's... Ich weiß woran es liegt, ich habe gerade herausgefunden. Was hast du rausgeflogen? Ich weiß, warum es liegt. Warum? Das ist so glatt wie Eiscreme. Genau das ist das Problem. Das ging aber schnell, wir sind wieder zurück, genießt seinen Kong-Strong, der Kevin. Wir sind ziemlich platt, ich glaube der Park an sich war eigentlich ganz cool, wenn man da rumfahren konnte. Wir haben tatsächlich nicht so viel gefilmt. Ich weiß nicht, ob man das in den Aufnahmen so rüber bekommt. Es kommt natürlich im Video nicht so krass rüber. Vielleicht da hinten an der Flagge, keine Ahnung. Aber es ist schon ziemlich windig. Besonders, dass der Spot ziemlich nah am Wasser ist. Zwei Minuten oder fünf Minuten vom Wasser auf jeden Fall entfernt ist es da noch mal viel windiger. Es kommt im Video da nicht so rüber. Und das hat dann echt, ja, ein bisschen abgefuckt. Ein bisschen genervt. Weil sobald du einen Trick gemacht hast, kam eine krasse Böe und du warst dann quasi schon wieder raus. Das hat mich ein bisschen genervt irgendwie. Aber, ja, ansonsten würde ich sagen, ist der Spot eigentlich gar nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Aber wir sind auch groggy, kaputt. Jetzt auch die Fahrt nach hinten, nach hinten hier zurück. Ich wollte gar nicht mal aus dem Auto raus. Wir machen jetzt einen ruhigen, ne. Die Rentner, ich muss ja sagen, wir sind Rentner. Wir machen entspannten jetzt hier. Zum Strand, das muss man am besten raus machen. Zum Beach, genau. Und dann gucken wir mal, dass wir morgen vielleicht ein bisschen fitter sind. Man muss einfach mal eingestehen, dass wir nicht wie die Größen sind. War haben wir vorher, ne. Vorher waren wir... Früher waren wir dabei. Ja, waren wir... Da waren wir... Genauso schlecht. Leider macht der Körper dann nicht mehr so mit. Das ist so das Problem gerade. Ja. Meine Beine sind komplett zu. Ich weiß nicht, wie... Ich denke mal, das gilt für alle hier. Ja. Ja, vor allem, ich habe auch immer noch Knieprobleme. Also es ist immer noch nicht... Es ist besser geworden. Ich kann auch relativ gut gehen, aber ich merke das total in den Knies. Und die ganze Zeit, die sind so mega angespannt. Aber... Was soll's? Wir haben ja die Rechtfertigung, warum, weshalb und ausgehen und dies und das. Es geht einfach nicht. Wir sind einfach nicht dafür mehr... Dazu nicht mehr in der Lage. Man ist einfach... Morgen, morgen. Nicht mehr dafür so in shape. Ja, heute Abend gibt es erstmal schön Pommes und Kipkorn. Kipkorn. Jetzt geht es erstmal zum Strand. Was sich der Prinz gewünscht? Ja, der Prinz hat grünes Licht gegeben. Ja, grünes Licht. Ja, das hat gesagt. Die Finanzen geben das heute her. Den dem einen oder anderen auch eine ganz große Freude mitbereitet. Aber ihr werdet dann in dem Sinne heute, glaube ich, nicht ganz so viel Skate-Aufnahmen wie jetzt die letzten Tage sehen. Wir werden gleich nochmal ein bisschen am Beach abchillen. Vielleicht nochmal ein bisschen... Ja, Video machen. Wisst ihr, wir brauchen ja ein bisschen. Wir müssen ja... Wir können das Video ja nicht einfach zwei Minuten Video machen. Wir müssen ja ein bisschen... Wir filmen schon noch. Wir werden dir heute ein bisschen... Ein bisschen Quatsch, ein bisschen labern. Quatsch labern. Der Prinz verlangt viel. Aber wenn der Prinz das bekommt, was er verlangt, dann gibt er auch viel. Das stimmt. Das sind wahre Worte. Da müssen wir auch immer ein bisschen gucken, dass wir dem Prinz so ein bisschen... Ja. Dass der Prinz immer glücklich ist, dass er immer so ein Lächeln auf den Mundwinkeln hat. Ja. Das war ja heute... Heute... Unerträglich. Unerträglich, weil er... Vor allem mein Kameraeinsatz. Ah, den Kameraeinsatz, ja, beim Film. Da habe ich schon gemerkt, so, äh, jetzt zittert alles. Da nochmal in dem Sinne, Entschuldigung für diese Zitter-Einlagen im Video, aber... Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal zum Stand. Ja. Und dann checken wir ab. Und dann hören wir uns später noch. Ja. In diesem Sinne... Bis gleich. Bist du? Bis später. Bis später. Peter. Bis später. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, wir haben entschieden, heute früher Schluss zu machen mit der Aufnahme, weil ich glaube, passiert nichts mehr Besonderes hier. Ihr werdet hier keinen tollen Skate-Off-Namen, denke ich, heute sehen. Es ist Sturm pur. Am Strand war auch sehr, sehr schön, erholsam. Hier ist gut, hier haben wir Dönerdünen. Ja, wir sehen uns morgen einfach in aller Frische und dann checken wir mal ab. Wahrscheinlich sehen wir uns morgen, ja. Was abgeht bei Tag Nummero Fünf. Fünf, Tag Fünf. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.